Liebe Gäste, im Namen aller Mitarbeiter vom Heinz-Freizeit-Zentrum wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familie. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Jahreswechsel und stehen Ihnen natürlich mit all unseren Bereichen zwischen Weihnachten und Neujahr täglich zur Verfügung. Und was wir Ihnen raten nach dem Braten, das sehen Sie jetzt. Erlebnisbad mit tollen Rutschen und Kleinkinderbereich, Fitnessclub, Sauna, Bowling, Restaurant. Und dann ist ja noch Eislaufsaison im Heinz. Für alle Freunde des Eislaufens stehen 2200 Quadratmeter beste Eisfläche zur Verfügung. Doch nicht nur die Profis dürfen sich auf die schmalen Kufen wagen. Für Eislaufanfänger steht extra eine Übungsfläche bereit. Im Heinz-Freizeit-Zentrum finden Sie alles unter einem Dach. Wir wünschen Ihnen aufregende und erholsame Ferientage und sehen uns im Heinz.